Moin Moin, ein, zwei Worte von mir zu diesem Impediergerät. Ist ein bisschen wie so eine Persone aufgebaut, kann man easy in die Hand nehmen und dann nutzen. Hier unten ist der Schaltknopf um das ganze zu aktivieren und dann haben wir natürlich hier oben noch, ganz einschalten, theoretisch den Modi, mit dem wir das ganze steuern, das ganze muss hier unten angeschlossen werden. Das machen wir jetzt einfach nicht, weil mit der Aufnahme und dem UV-Licht, das ist immer so eine Sache. Ansonsten einfach hier draufdrücken, mehrmals behandeln und das eine oder andere Haar lässt sich definitiv damit beseitigen.